Ob die Kugeln was mit den Halterungen am Boden zu tun haben? Was denkst du, BD? Ja, das war mir auch klar. Dankeschön. Und damit auch herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Star Wars Channel 4 oder Folge 9. Hier waren wir alles mal stehen. Bleiben wir jetzt direkt weiter, deswegen ganz viel Spaß bei meinem Let's Play. Letzte Folge haben wir echt abgeschissen am Ende, beziehungsweise haben wir gar nicht. Das Spiel hat doch abgekackt. Achso. Achso, der... Mann! Bist du behindert? Wieso? Das macht sogar keinen Sinn. Er greift an und ich kann nichts machen. Ich hab schon auf Zuschlagen gedrückt. Und er greift trotzdem halt an. Juckt ihn überhaupt nicht. Geil, oder? Komm doch her, du Sack. Oh. Ah, das ist doch schon mal interessanter hier. Wir können ja ausweichen. Beziehungsweise das Lichtschwert schützt uns vor solchen Schlägen. Das ist natürlich eine nette Sache da. Ach, Digga's. Mann! Mann! Bist du behindert? Ach. Schönen. Jetzt haben wir es. Wir haben mal langsam Zeit. Gut, Freunde. Es geht weiter. � дела. Schönen. 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 So einen Sturm habe ich noch nie gesehen. Ja, unglaublich. Was denn? Oh. Mein Freund, das ist die früheste Seffo-Stätte, die wir bis jetzt entdeckt haben. Trotz Bedenken kann ich das Burgano-Gewölbe nicht aus meinen Gedanken vertreiben. Seine Visionen formten den Weg einer ganzen Kultur. Ich muss verstehen, warum. Die wir bis jetzt entdeckt haben. Trotz Bedenken kann ich das Burgano-Gewölbe nicht aus meinen Gedanken vertreiben. Seine Visionen formten den Weg einer ganzen Kultur. Ich muss verstehen, warum. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Das Auge des Sturms. Die Crew reiste zur Hammerwelt der Seffo, um die von Cordoba erwähnten Gräber zu suchen. Dabei erfuhr sie, dass das Imperium Seffo besetzt hatte, um alte Artefakte abzubauen. Die Direktive mit dem Codenamen Projekt Bora war jedoch beendet worden, als sich die Magnetwinder auf Seffo als unkontrollierbar erwiesen. Jetzt finden sich Kel und Bede in einem alten Seffo-Grab wieder, um dort nach Botschaften von Cordoba zu suchen. Die Direktive sind ja. Hä? Hä? Ah. Okay. Natürlich der falsche Weg. Hast du das gesehen? Was denn? Was habe ich verpasst? Oh. Oh, der Wind. Skungos. Skungos sind parasitäre, pflanzenähnliche Organismen, deren toxische Spuren explodieren können, wenn sich eine Bedrohung nähert. Mehrere Gruppen kleinerer Hülsen bilden dem Boden einen größeren Zentralbau. Es gibt mehrere Arten dieser Aggressiven für ihren widerlichen Gestank und ihr weiches Gehirn. Ähnliches Gewebe bekannten Spezies. Oh, nicht berühren, wenn es weiter nichts ist. Schön. Ich würde es ja probieren, aber... Nein. Oh. Okay. Hoppala. Danke fürs Funktionieren. Digga, wie denn? Oh. Ja, danke, dass du mich respawnst und ich jetzt Leben verliere, deswegen. Muss ich hier lang? Nee. Hä? Hä? Oh, geil. Mein Gott. Ah! Ich hasse diese Idioten, dass sie mit unfairen Mitteln kämpfen, während meiner Angreifkriege. Ein Schaden, da hat man gefälligst in die Hand zu greifen. In einem Spiel. So ist das. Ja, ja. Oh. Du hast das. Ja, ja. Hm? Ja, das war mir auch klar. Dankeschön. Hier ist immer Luft, toll. Okay, hier ist immer Luft. Hm. Unser erstes Rätsel, oder was? Ein Windspiel, das von den Sephor zurückgelassen wurde, die das Grab errichtet hatten. Ja. Ja, müssen wir einfach alles aufmachen, oder was? Alles klar. Tut sich gar nichts mehr. Hm? Also, ja. Genau, das ist ja schon mal gut. Passt. War genauso geplant. Wir fanden Rituale der Sephor statt. Sie haben hier Machtnutzer trainiert. Okay. Mediationsrelikte. Sephor Mediationsrelikt. Diente bei alten Ritualen der Ausbildung von Machtnutzern. Man kann hier noch zwei weitere finden. So unfähig, gut. Ja, das war's offenbar auch schon hier. Hier ist noch was. Ach, komm mal. Eins. Hier. Ja. 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 Ah, mal auf. Oh, schön. Aha. Ach so, warte mal. Alles klar, Digga. Danke für die Funktionalität. Hä? Digga, es funktioniert doch so. Ach, warum, ey. Nö, der will aber nicht. Okay, alles klar. Wie läuft es da hinten, BD1? Bist du noch da? B, 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 B. Ja. Warum nicht gleich so, Digga? Hier geht es jetzt richtig mit Rätseln und so ein Kram weiter. Schöne Sache. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Was haben wir hier? Willst du verlangsamen können, Kerl, sonst nicht mal länger verlangsamen. Finde ich auch nicht schlecht. Hä? Das Spiel ist doch behindert, oder? Ich hab... Schöne Sache. Ja, doch. Wir könnten auch unseren... Lebens-Ding erneuern. Hier kommen wir nicht durch, wa? Hier müssten wir durch. Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit in dieser Folge. Das heißt, ich kann euch nicht sagen, ob wir das noch schaffen jetzt. Warum? Egal. Er kommt von hier, weißt du. Man muss länger gedrückt halten. Das wusste ich nicht. Danke. Fürs... Ha... 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 Warum funktioniert es nicht einfach gleich so, wie ich wollte? etwas... Ha... Ha... Ja! Tika, Tisa! okay hat man irgendwie möglichkeit den abzustellen oder nicht ich bin nicht so aus ne hey digga also einfach nicht davon ablenken lassen einfach machen lichtschwerten ist wohl nicht alle probleme wow hey wow alles klar ich glaube das ist was für die nächste folge ja ok ja Freunde das war's für diese Folge in der nächsten Folge geht's dann an dieser Stelle hier weiter wir probieren es jedenfalls nochmal alles klar lohnt es sich überhaupt gegen den zu kämpfen ich glaube nämlich nicht dass wir irgendwie die geringsten auch eine Chance haben nun ja wir werden es sehen in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen tschüss und bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.